hey ho und ein herzliches willkommen zur nächsten runde let's replay league of legends es ist wieder duo q und von twain und meiner wenigkeit und wie gesagt werde ich wieder kommentieren als wäre es ein live spiel und ich würde nicht mitspielen ich hoffe zumindest ich krieg es hin ganz passiert natürlich nicht und ich werde auch hin und wieder irgendwie was dazu sagen was was ich bis was ich da irgendwo falsch gemacht habe oder wo ich es besser machen hätte können weil es halt so aber ich möchte versuchen größtenteils ja neutral zu kommentieren im blauen team starten dieses mal ein talon glaube ich auf der top lane oder bladimir wenn ich mir nicht sicher die kann wirklich überall hingehen also muss ich da mal kurz warten im biletten team starten jedenfalls ein jörg auf der top lane auch hergegen dann vladimir auf der top lane war wird das blaue team weiter in der mitte ein talon im jungle ein aatrox den ich ja schon vorgestellt habe auch ja es vorgestellt ist gut das waren sechs minuten dominion auf der bot lane eine sie wir und blitzcrank im violetten team auf der top lane ein jörg im jungle ein set in der mitte eine morgana long time not seen und auf der bot lane eine tristana und eine leona beide teams von zusammenstellung her ganz nett durchgemischt wobei es dem blauen team etwas an ap fehlt die haben nur vladimir die aufstellung am start ist hier ganz klassisch jedes team beschützt seine buffs nix aus natürlich ist keine überschreitungen der quasi unsichtbaren mittellinie und ich bin sehr gespannt was ihr mir auch aufs letzte video geschrieben habt weil ich in die beiden jetzt direkt hintereinander auf und danach mache ich echt eine pause schrickstelle ich ich geschlafen ist es viel zu spät ja und man wartet jetzt natürlich gespannt darauf was sich tut dem georik dürfte langweilig sein der läuft da oben im kreis da spawnt der blubuff und artrox beginnt natürlich sofort den zu machen warum auch immer und hier seit beim red buff der verdammt schnell hat obwohl es seit später begonnen hat 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 den buff schneller fertig das ist faszinierend ja und jetzt natürlich alle mal auf die auf die jeweiligen gains jörg hat schon den ersten wort gesetzt das ging schnell ist aber auch bitter nötiger als jörg also ich habe es schon mal gesagt bevor ich supporter wurde bin ich ja auf der top line gewesen und ohne wort bist du da verloren vor allem bei early gangs das ist eklig das ist einfach nur eklig in der mitte im wunderbaren geht schon morgana gegenüber dem talon und das first blood von morgana gegen einen counterpick eigentlich das ist wunderschön das ist toll hier der vladimir gegen jörg ich bin mir nicht sicher ich glaube vladimir sind counterpick zu jörg und hier geht die leona down der erste kill für sie wir und aatrox hat mittlerweile auch set getötet das habe ich leider verpasst zu erwähnen damit müsste ich ja den double buff und er macht seinen eigenen auch dazu wie dumm kann man sein und wer ist denn er sagt ja er hat seine passive am jungle gewäßtete aatrox und hier der jörg holt sich denn denn ja er holt sich dem vladimir und hier ist dann wobei dann geht schon morgana gegen talon die jetzt den stamm vergeigt und talon da muss zwingen verdammt mal kommen lässt und ja sehen kommt gerade noch irgendwie weil der talon abdreht warum auch immer das hat habe ich gesehen da konnte er noch nicht sehen also keine plan oder hätte der theoretischen set sehen können mein hätte nicht der war noch zu weit weg auf der top lane jörg fleißig an farmen genauso wie in der mitte morgana und talon sich die ehre geben wobei der talon ja also er hat den vorteil ist halt auch ein counterpack countermechanik zumindest die tristana hier fleißig am poken der sie wir und die ist ziemlich down mittlerweile weil sie wir nicht zwangsläufig ein counterpick für tristana ist sind eher so so ausgeglichen aber der blitzkrieg könnt ihr unten schwierigkeiten machen und zwar extremst momentan back geportet werden in der mitte morgana auch mal kurz hinten war das wir das leuteam signalisiert schon hey da fehlt was hat schon angst irgendwie die sie wird sich mittlerweile wunderbar hochgeheilt an den minions hat aber nicht genug mana um die zu kasten falls du schon gelevelt hat das machen relativ wenige leonen wunderbarer engage hier kommt auch noch das er darunter und die tristana kriegt die durch den dauerschaden durch ihre e oder w jetzt ist glaube ich durch die wege auf der wert sind dauer schaden drauf also den über zeit tal und mittlerweile abgängig da kommt runter und das violette team sieht er natürlich dank des worts tja dumm gelaufen auf der top lane mittlerweile ein athrox und ein vladimir gegen den yorick und da wird der yorick draufgehen so leid es mir tut nein aber der athrox stirbt ach ja das war eine so geile stelle entschuldigen vielmals aber das war echt episch da dachte ich echt ich geh drauf und und kriegt noch den double kill da ging es im voice-up wie sonst was habe ich echt gefreut wegen kleines kind noch okay back to topic in der mitte mittlerweile verdammt der mitte mittlerweile ja genau talon und morgana fleißig am feiten kriegen auch beide schönen schaden auf den jeweiligen gegner es reicht für keinen wirklich veränzhaften schaden das war unter der 50 prozent welt und man sagen könnte schaut nach einem kill aus oder art rox lauter mit einigter adress verzehrung für master set laut mittlerweile wie ein geier hier im busch und ich glaube das war auch das war das angekündigt und da killt das set den athrox und der talon entkommt um hares bräute der jörg mittlerweile hinten jörg mit 30 und die tageszeit wahnsinn wobei ich auch sagen muss dass der 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 ding ist nicht schlecht ist der der athrox hat zwar momentan 1 2 0 aber die games bin alle sehr gut geplant dass da teilweise noch andere überraschungsgeschenke wunderbarer grab vom blitzkrank auf die leona die leona wird wohl nicht mehr schaffen doch sie schafft sie tristana killt die sie wir einfach mal so und holt sich jetzt wahrscheinlich auch noch den blitzkrank so wie ich das sehe ja der blitzkrank die tristana aber die springt weg und da kommt athrox da kommt athrox auf der topple mittlerweile jörg und vladimir am fighten wobei vladimir mittlerweile abhaut der spielt das ja passiv gerade geht immer nur wegen dem kurs bei rein muss ich glaube ich ein leben zu snacken und das will natürlich nicht zulassen und ein geld weiter aber zum glück auch sehr vorsichtig das problem ist bei vladimir je weniger leben er hat umso stärker wird dadurch weil seine eigenen zauber im weniger leben kosten er zerstört sich dann immer langsamer selbst und das ist halt irgendwie seltsam hier killen die adk ist den jeweiligen gegnerischen supporter und die sie hat noch so viel mana und hier der der wladimir schön am däffen ja jörg kommt nicht wirklich an ihn ran ich hoffe er macht keine dummheit doch macht er ich weiß es und hier die tristana und die sie wir im fighten wobei da die sie wir den kürzeren zieht und zwar im wahrsten sinne des wortes weil die tristana halt mit jedem level mehr range bekommt und hier kommt ein talon hoch und der jörg dem ist es irgendwie scheißegal da geht nicht back und geht nicht back bis in dem wort sieht der arthrox hier fast am verrecken am red bar vom eigenen was extrem taurig ist für den jungen aber das war auch kurz nach dem release von arthrox da konnte noch keiner richtig spielen aber ihr wollt ihn halt spielen und die morgana killt hier gleich den talon erb und da ist er dauernd und da kommt schon wieder arthrox hat der gerade die die dinge uns ab passive jahre ist gerade ab okay die ich kann zur verfügung und das interface ist heute wieder verdammt groß das fällt mir gerade wieder auf viel besser so auf der topline mittlerweile der vladimir der im vorteil der jörg ist halt zugrunde hat die ersten klicks immer mit hilfe des towers gemacht hat er gilt das dann auch schon wieder die sie wir und wie gesagt viel zu kritisiert jörg das ist die ersten drei kills mit hilfe des towers gemacht und jetzt wieder den alleine snacken was natürlich von den von den mechaniken nicht funktioniert weil die mir einen vorteil gegenüber den jörg hat allein durch diesen schranken pool und da kommt auch die vladimir ulti und daher kann sich jörg nicht mehr retten aber zumindest haben sie den kill gemacht und vladimir ist weg damit kann jetzt ein bisschen pushen wenn er denn da bleibt ja tut er in der mitte ist morgana auch wieder da und talon hat er natürlich fleißig den minion vorteil gerade der silence tut natürlich extrem weh auf der bot lane geht es auch gerade ab wie sonst was wunderbarer grab auf die tristana wieder ja da ist die triss auch schon uns unaufhaltsam und die leona ulti halt dem blitz wunderbar drinnen und wobei der blitz die leona kriegt dafür kriegt jetzt als tana noch den blitzcrank und damit hat das violette team wieder einen immensen vorteil und die morgana kriegt den atrox also die morgana konnte echt spielen meine hoch achtung der vladimir geht es in der mensch auf den geist weil halt ständig aus dem busch raus die die kuh kasten sich lebensnecken und wieder rein in den busch die man jetzt damit last hätten das ist nervtötend für den yorick weil der muss für die e und für die kuh seinen gegner sehen und wie er bereits im letzten fall gemerkt hat kann so eine tower wird halt auch nichts das blaue team mittlerweile total heiß auf den set die tränen müssen mittlerweile eigentlich auch ganz nett gesteckt sein 164 habe ich schon mal besser gesehen wenn ich ehrlich bin er hat es konkret daneben dieses mal hier geht die morgana da und talon hat gewusst er muss sie fokussend tristana kill direkt in talon und sie sette sie wir und atrox den set direkt hinten nach und die leona und die tristana sind es noch hinter blitzcrank und vladimir her hat auch sehr verzehrung nicht freundlich ist auch schon da und ja tristana haut ab dementsprechend leona versucht natürlich auch und da kann noch ein flash von vladimir und er kriegt leona der yorick fehlt so spät da ja hauptsache ist bei farben minions auf der toplay nicht wahr der vladimir holt sich mittlerweile seine kills auf anderen längs und zieht damit schon wieder gleich mit yorick nachdem es den schaden hat kann es auch mit yorick aufnehmen ich finde es immer toll wenn man auf der eigenen lane nix gebacken kriegt und man einfach mal so kurzerhand auf die anderen lanes geht um sich seine kills holt und so weiter da geht der yorick dauer die ulti steht noch und man versucht den blitz zu kräften beziehungsweise eben noch zu killen irgendwie weil die passive hat das gehindert verhindert verzeihung und vladimir uns tal und verteidigen hier noch immer gegen morgana und set aber mein gott tristana und leona haben sollten gegen sie wie in der hand und da kommt der blitzkrieg an getürmt und ich habe sie schafft sozusagen kommen in der mitte ist der tal und mittlerweile sehr stark bedrängnis durch morgana und set aber da kann man schon blitzkrieg hoch und der taler verschlägt sich im turm auf der bortlängenden kämpft die sie wir und die tristana gegeneinander atrox und leona irgendwie so nebenbei aber sie sie engagieren beide nicht wirklich aber das berättete team hier glaube ich den kürzeren ziehen würde und der talern schafft es zu entkommen auf der top lane kämpfen mittlerweile vladimir um jorick wieder und gott macht der vladimir mittlerweile schaden die gold hat auf der tasche bei der becke 1600 na das wird eine überraschung für jorick garantiert ja das blaue team momentan freien vom vom ja es ist generell noch ausgeglichen sind noch alle türme stehend es ist die noch alle türme das gold ist beim violetten team etwas höher aber dafür dass es bereits 17 minuten läuft ist noch sehr ausgeglichen jorick jetzt hart um tower pushen aber da kommt auch schon ein aatrox in der mitte noch immer morgana gegen talern und setz kommt ihr zur hilfe und da kommt der gerade so aus der aus dem stand der ulti raus und da kann ein blitzkrieg und das ist überhaupt nicht gut weil die morgana kann den talern auch killen wenn sie es schafft am blitzkrieg vorbei den stun rauszuwerfen was sie natürlich nicht schafft der blitzkrieg äh covert den einfach zu gut aber sie kriegt ihn im endeffekt dann doch noch durch den durch die verbrannte erde auf der top lane mittlerweile äh ein flood der den yorick äh downburstet und der yorick der in seiner gear versucht die 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 den aatrox zu killen aber er kriegt zumindest die passive noch raus er killt ihn zwar auch noch fast ein zweites mal aber da war der tower zu viel und unter 10 sekunden außerdem vorbei die die ogen hält also ja es ist verdammt viel wert wenn man die passive von aatrox weg klatscht das ist genauso wie bei anivia und dem blitzkrieg hatte ich nicht mehr gesagt dass ein silence gegen den ad carry nix bringt wenn er macht den schaden noch die auto hat aber mein gott ist sie würde hat ihn dann trotzdem noch gekriegt und guckte train chronieren hier gegen skd chevy oder arievi das ist ja das lustige wenn man so so lustige namen findet fragt mal nicht was ich schon alles bei meinem namen gehört habe das ging von von abseudus bis schießmichtod also das war absiedus oder absiedut wenn man das ist ja auch in d lesen kann anscheinend und da fällt der vladimir und der yorick kommt tatsächlich noch weg dieser lacker und da kommt ein aatrox aber das wird das nicht mehr nein das wird es mehr die olde ist ab und willkommen zum zerlegter yorick und er kommt einfach nicht dran er kommt einfach nicht dran an den an den an den aatrox um seine spells zu casten mittlerweile das violette team einen tower im vorteil bei der top top tower auch mittlerweile sehr weit daunis und jetzt geht es hier in der mitte auf die teamfights zu dass wir das spannend das wird sehr spannend beim werten team sind schon drei da der blauen team auch es traut sich keiner so wirklich zu engagen das ist irgendwie seltsam die ultis sind alle da bis auf die von yorick die beschwörer zauber sind auch eigentlich bei allen teilweise fast überall alle ready wer das team mittlerweile zu viert der yorick hat noch immer nicht kapiert das eigentlich nach unten soll dann geht der rest des teams halt nach oben ich schließe ich auch eine möglichkeit das blaue team engaged hier gegen die morgana das violette team hat ja absolut null wischen das ist absolut tödlich für die die sehen hier hinten ein bisschen was aber den rest vom team nicht der jahre kriegte zwar den tower da oben aber es ist der vladimir wir den gleich abfangen nein der geht nicht hoch okay also alles zum team fight und ja jetzt wird hier engaged da geht der set kaputt und da kommen die ganze ulti geht raus damit wird das ganze blaue team gebufft ja ich hier auch schon mit der ulti drinnen das blaue team muss ich den double kill durch talon bleiben wir macht natürlich auch noch ein kill hier entkommt der der talon gerade und dem moment geht die ulti von yorick down und da stirbt er auch das war echt echt knapp aber der yorick hat den den atrox noch gekriegt und es ist ein katastrophaler handel gewesen also das purple team hat ja echt derb auf die schnauze gekriegt man hat doch immer den gold vorteil das ist so böse auch wenn sie noch 400 gold sind was ich ganz schön finde auf der ära höhe ist dass alle wenn sie in ass gelandet haben zurückgehen und nicht pushen das finde ich super also damit kann so manche spiel noch gedreht werden auch wenn er nicht gerade verloren hat der talon mittlerweile oben am deafen gewesen das hätten die minnen das hier da umgekriegt set holt sich noch den blub auf für morgana ja das ist toll seit wenn man zu früh weg geht nicht wahr das violette team mittlerweile eine wunderbare vision im gegensatz zum blauen team die sind genau die andere hälfte das ist ja ich meine es von dem wort her das violette team hat eher den oberen teams gewartet und das blaue team eher den unteren river spannend yorick oben mittlerweile am deafen weil halt da die minions hochgezogen wurden von talon und da geht es in den teamfight da geht es in den teamfight und da kam der engage vom blauen team war gar nicht die ulti draußen und hat auch sich ist dann selbst kriegt halon margana kriegt athrox sie wir kriegt selbst da war eine haufe und ist drinnen ich habe den vorgab vor deaktivität mit f macht man das ok wenn man es weiß ich habe nämlich die ganze karte aufdecken was das ganze bisschen spannender macht für für das ding ist wenn man wirklich alles sieht aber so passt es eigentlich schon also es wäre das team jetzt natürlich dabei den drag zu machen mit freundlicher unterstützung von sie wir und jetzt wird wieder neu formiert wieder wunderpächtiger gold verteilt für das violette team und vor allem die tristano margana und leona haben gerade um viel gold auf der tasche wobei die leona weniger gold hat als der blitzkrank das violette team zu fünft in der mitte die ultis bis auf die von margana morgana morgana und set alle ab blaues team hat alle ultis gerade blitzkrank grab ist gerade daneben gegangen das heißt eigentlich wäre jetzt der richtige zirrpunkt zum engaggen aber das macht natürlich niemand weil da halt noch ein tower steht und man nicht weiß wie viele im dschungel sind halt verdammt schwierig ohne wischen sehe ich ja auch ein alles wunderbar von mir das blaue team natürlich nicht dass der arthrox kilometer weit weg die leona setzt das schnelle wort raus und wenn man gar was dann gehittert hätte wäre das der schönste engage ever gewesen hätte man direkt einen rausnehmen können jetzt hat das blaue team natürlich auch zeit sich zu organisieren aber die szenen die sind vom violetten team alles im gegensatz zum blauen team äh das blaue sieht vom violetten team alles im gegensatz zum violetten team das ist von blauen fast gar nix vor allem nicht dass die da unten im busch alle stehen bei eben der blitzkrank jetzt noch und wieder einst dann verfehlt leider gottes und hier wieder talern engagen und der jörg rennt ihn hinterher der vollidiot da fallen leona jorick sie wir morgana talern fest aner set und das violette team ist geschichte das blaue team holt sich mittlerweile den immensesten vorteil überhaupt farbentier fleißig wenn er uns und hier fällt der zweite mit tower das probieren okay mit u kann ja das ganze interface ausblenden auch sehr spannend man lernt ja immer mehr über das ganze hier ist ja extrem toll ja was sie jetzt fragt arthrox kann mit diesem sprung auch attacken ausweichen nein die morgana daneben geschossen das wäre das team jetzt beim baron und die leona kurz vorm sterben währenddessen push of the bot lane die minions und der baron buff gibt halt jetzt immens viel power wir sind bei minute 29 29 verzehrung und die bild sind dementsprechend hoch wenn ich mir anschaue der die tristana es hat schon die kdu fertig und die in den phantom tänzer ist jetzt gerade auch am weg auf blutdürste und last whisper sei es da hat letzter atemzug auf deutschland ja kill doch die worts arthrocks genau nehmen deinen supporter den farm weg und vor allem mach wort die wir die nächsten sieben minuten nicht brauchen arigato ja klar dem ist verdammt viel wischen weg für die sind das da im prinzip blind da oben aber es ist jetzt nichts wo man sagt okay dass das ist jetzt dass das muss das müssen wir haben das brauchen wir zum überleben schon gar nicht auf der höhe ja eine nette volksversammlung in der mitte beide teams schön formierte tanks halbwegs vorne bei beiden die kärle ist ziemlich hinten und da kommt der morgane englisch und da gräben sie den euro groß das problem ist nur die euro gold hat gefehlt die ging auf set und sehr dadurch gestalt dass er nach seinem tod mit der ulti noch mal was machen kann und ein triple kill durch die tristana und jetzt könnten natürlich taupen wenn der minans werden gottes namen ist das ein tempo jetzt jetzt dass das blaue team noch ziemlich tot nach sieben bis arthrox äh wiederkommt fünf bis 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 krank ja wenn sie direkt drauf gegangen wären hätten sie noch gekriegt vielleicht aber da wäre der baron buff auf jeden fall weg gewesen weil dann wären sie tot das blaue teams bonnets wieder der reihe nach dass wir letztlich schon der vollzählig schwärmt aus jörg deft kurz die topplein wie es aussieht seit wir im jungle der rextregen fürs violette team damit ist auch der gold vorteil wieder auf der seite vom vom violetten team und die türme sind exakt gleich gefallen auf top und bot jeweils einer und in der mitte jeweils alle drei sieht also ganz nett aus das blaue team informiert sich jetzt im wunderschönen im jungle eingang das violette team sieht sie natürlich nicht das blaue team das violette aber schauen und das violette team hat im moment geschnallt dass da was ist und jetzt wird wahrscheinlich gleich der engage kommen ja jörg engaged auf laudemir tolle idee ernsthaft wie schnell die die tristana das sie wirkild wahnsinn ja der braue artycarry ist weg und das violette team kann jetzt wunderbar engagieren ja die freunde mir heute viel zu früh viel zu früh die kostet zwar ein bisschen leben aber diesmal gibt es jörg wieder doppelt so als vor zehn sekunden und leona und tristana räumen hier aus während der inhibitor zerfetzt wird da geht die tor auf jörg ja pech und hier der engage von talon und blitzcrank und die kriegen leona nicht weil sie das schild von margana bekommen hat zum glück der grab von blitz ging extrem daneben ähm tristana nochmal kurz um engage aber zieht sich und dann geht die tristana die schild von margana und dann geht die durch die durch den live team die ganze das ganze dinge zurück und da geht es jetzt einfach zurück die die sie wird da kommt ab endlich dachte das ist schon wieder wer sie hat Jurek hat am Anfang 3-0-0, mittlerweile 5-7-7. Das ist nicht sonderlich schön, dafür hat die Sestana 16-3-6. Das lässt sich natürlich nicht so leicht wieder aufheben. Vor allem, weil die Sibir 4-0-1-15 hat. Also, die hat überhaupt keine Kills bekommen, die haben alle Wladimir und Talon. Und natürlich auch ein paar bei Aatrox. Das ist halt ein Problem, dass relativ wenige schnallen. Wenn man einen AD Carry hat, der relativ wenige AD hat, muss man aufpassen, dass der die Kills kriegt, damit er sich mehr AD kaufen kann. Okay, eine Sibir mit einem Blade of the Ring King ganz am Anfang ist, ja, okay. Aber gerade in dem Team, falls man aufpasst, dass die Kills dann an den AD Carry gehen, wäre halt wichtig. Weil in dem Team ist es so, wie es bei mir noch nicht bei einem Ranked-Spiel war, oder bei einem Normalspiel war, ich weiß es nicht mehr. Bei dem ich AD Carry-Spiel hätte sollen und ich war als Graves unterwegs, glaube ich. Und es lief eigentlich ganz gut, die erste Zeit. Ich hatte ja auch am Anfang die ersten beiden Kills und so und dann kam halt irgendwann der gegnerische Jungler vorbei und die ganzen Kills gingen an unseren Jungler oder an die Mitte und so weiter. Und ich war dann total weg vom Fenster. Man sieht es ja auch am Vergleich. Sibir hat nur 9800 Gold, während die Mitte 12 und der Top-Lainer 11.000, genau so der Jungler. Und bei uns im Violetten-Team sieht es so aus, dass Tristana einiges mehr Gold hat. Und jetzt geht es hier zum nächsten Teamfeld über. Yorick engaged hier direkt auf die Sieber. Sieber hat Ulti rein. Wird hochgeworfen von Arthrox. Da geht der Engage weiter. Der Arthrox springt hinten rüber. Talon ist auch unsichtbar da reingekommen. Und da geht der Zweiter. Leona gräbt hier irgendwo mitten rein und wird von Sieber gekillt. Yorick killt Arthrox. Die Yorick-Ulti ist noch gerade eben erst abgewesen. Da ist Yorick tot. Tristana killt noch Talon. Und da geht noch ein Kill an Vladimir. Der kriegt noch Tristana und die Magana holt sich hier noch der Vladimir. Während der Set hier der Sieber nachspringt und den killt. Und die Magana hier noch gegen den Vlad. Die kriegt er aber nicht mehr. Heute noch den Pool der verbrannten Erde rein, aber der steht zum Glück daneben. Und da geht noch der Set hinterher. Und killt dann Vladimir. Und jetzt wäre es wichtig für das Billetteteam, dass sie pushen, 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 pushen. Und was tun sie? Ja, der Blubuff ist wichtig. Vor allem, weil Morgana nicht eh schon einen hat, oder? Naja. Blitzcrank, Arthrox mittlerweile am Leben, äh, jetzt auch Talon. Sivir. Und in 20 kommt wieder auf Vladimir. Das Blaue Team muss jetzt natürlich dementsprechend treffen. Das Violette organisiert sich gerade neu. Und ich finde es toll, dass der Yorick die Wards auf den Parallel setzen muss. Also das finde ich echt seltsam irgendwie, aber okay. Auch dazu Pink-Wards, die ja so verdammt teuer sind. Und da kann ein Teamkopf wieder ins Laufen. Äh, Arthrox, rrrr-r-r-r-r-r-r-r-ps, Talum fehlt ja noch und weil er jetzt in der T-Pack gegangen ist. Und das Spiel natürlich ist mit Wälder vollzählig und da geht der Kampf los. Arthrox passiv, wer ist da im Unterfeld, Arthrox direkt. Und da geht der Kampf auf den Bladecrack weiter, wieso Fokus und den Support von der Scheiße? Äh, ja, äh, Fokus, Yorick bringt total, vor allem wenn das der Ulti ist und da geht's weiter. Und der Vlad haut echt jetzt das Sanjas raus und krepiert da nach direkt an der Tristana. Äh, Yorick holt und stellt die Minions auf der Top-Lean um den letzten Tau zu pushen. Tastana markiert inzwischen seit Bairn und da geht's dorthin. Und, ja, Talon und Seavir sind mittlerweile am Deffen in der Base. Leona und Yorick sind verdammt weit unten mit den Lehm. Und da fehlt der Nexus, äh, nein, ich bitte auch verzeihung, nicht der Nexus. Auf der Top-Lean pusht Yorick den Tower. Er ist riesig, kürzlich, ich bin durch die Schnau. Also der Säu-Kür-Säu-Kunner, schau auf die Schnau-Kunner. Ja, ich bin durch die Schnauung. Oh, er hat sich schon voll im Hintergrund. Und dann schau auf die Schnau. Das ist die Schnau-Kunner, ich bin doch auch der Säu-Kunner. Das Bläteam war immer schön am Teffen. Und das ist etwas, dafür hätte ich mich selbst hinterher ohrfeigen können. Oder? Nein, das ist gar nicht der Baron, den ich dachte. Okay. War ein anderer Spiel, Verzeihung. Weil wir sind mal in einem anderen Spiel mit Lowlife gegen einen Baron gegangen und da sind zwei von uns dran verreckt. Wir hatten ihn zwar, aber... Naja. War schon mal intelligenter von uns. Ja, das Team hat jetzt den Baron. Das blaue Team hat total verschlafen, da irgendwie rechtzeitig zu reagieren. Mussten natürlich auch Deffen, von daher ist das gar nicht so einfach. Aber der Arthrox, vor allem, wenn er uns ja sowieso soweit nachgelaufen ist, hätte er dann auch nach vorlaufen können und den Baron steelen können. Das Mite war ja ready. Ja. Und jetzt das blaue Team will natürlich den Drake haben. Wenn sie schon nicht den Baron haben können, dann zum Beispiel den Drake. Sind jetzt auch schon... Verzeihung, sind jetzt auch schon ziemlich weit hinten von den Türmen und vom Gold hier. Natürlich auch durch die Kills verschuldet, das ist klar. Ja, wieso bleibt der Autofuchs auf dem Morgana? Das ist so intelligent. Also das ist... Da, ich könnte kotzen. Ähm... In der Mitte mittlerweile eine schöne Zusammenkunft des Violettenteams. Wenn das blaue Team noch teilweise aufgesplittet ist, weil sie Deffen müssen. Ja, so leichte Pokes, aber kein richtiger Engage momentan noch. Es bleibt alles relativ knapp. Und da kommt der Engage noch Blitzcrank, weil der eine natürlich den Yorick grabben muss. Und da Engage das Violettenteam und da fällt Talon. Und da geht's weiter. Und da fallen Half-Multis und Sivir get down und äh... Set get down. Heißt, wir verfolgen Sack für Blitzcrank. Äh... Tristan holt sich inzwischen nach Arthrox und Runemir. Da ist der Quadra. Und der einzige, der noch lebt, ist der Blitzcrank. Und das geht sich leider nicht mehr auf den Panther. Da greppt der ernsthaft noch den, ähm... Den, die, die, die Morgana raus. Aber das hat keinen Sinn mehr. Die Morgana Stuntin hier hat es sogar wunderschön. Aber das wird kein Panther mehr für Tristan. Das ist viel zu lange her. Und äh... Da fällt der Nexus des blauen Teams. Das vierte Team hat gewonnen. Ja. Bei Fragen, Problemen, Beschwerden, Anregungen. Bitte eine PN oder in die Kommentare. Wer mir noch lieber. Äh... Ich wünsche... Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mit der mich wunderschön fürs Zusehen. Wünsche euch eine wunderbare Zeit. Habt Spaß, was ihr mir auch macht. Würde euch bitten, unter dieses Video nochmal zu schreiben, wie es mit meinem, ähm... Ein Caster-Skill aussieht. Ob ich da was tauge als Caster. Ob ich das machen kann. Ob das reicht fürs Turnier. Ich hoffe doch stark. Äh... Wenn nicht, müsst ihr trotzdem damit leben. Aber für mich ist das sonst keine Übung. Das Turnier wird ja wieder eins gegen eins sein. Das heißt, da ist wesentlich mehr, ähm... Wiesentlich mehr, äh... Zeit für mich. Wesentlich weniger zu kommentieren. Da wird es dann auch um Welten einfacher für mich. Aber ich denke, das läuft schon so. Das nächste Spiel wird sein... Ein Sinched-Spiel. Ja, ich weiß, davon gibt es Tonnen mittlerweile bei mir. Aber dieses Sinched-Spiel hat eine Besonderheit, die... Ja... Lasst euch überraschen. Es ist auf jeden Fall ein Ranked-Spiel wieder auf der 3 und 3-Karte. Ich glaube mit Not. Bin mir nicht sicher. Äh... Dauert auch nicht lang. Lasst euch einfach überraschen. Und das Spiel darauf dann ist das lang gewünschte Spiel mit Soraka. Darauf könnt ihr euch auch schon freuen. Insofern habt ihr gute Zeit. Habt Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.